Du schau mal die Crunchy-Geschichte, hilf mir mal kurz. Was findest du besser? Den Marge. Das ist die Röhre und das ist die Röhrensimulation. Das ist kein großer Unterschied, das ist ein Sperma. Das ist ganz besser, es hat weniger Mitten. Das musst du entscheiden. Weniger Mitten? Das ist ein bisschen sägiger, ne? Ja. Das ist jetzt für alle. Ah, Licht, Licht, das ist ein kompliziertes Teil. Das ist ein Krippel-Super-Lied. Das sind 1000 Knöpfe. Klingt alles gleich. Du hast ja einfach nur drei Kanäle. Du kannst ja hier... Ja, ja, ich weiß noch, ich weiß, jetzt kommt noch ein Experte. Der weiß nicht genauer Bescheid. Der hat das gelernt. Ja, das ist klar, aber schau mal. Der Sound, äh, normalen oder der. Bubi, ist das gut. Den finde ich schöner als der Crunch. Es gibt sich nicht viel, aber der andere ist ein bisschen griffiger. Der OZ-D ist immer gut, habt ihr das jetzt, Jungs? So, ich... Das Bein ist der vier. Hau! Okay, dann können wir Soundtrick machen, alle zwei. Geht der Regler auch bis zwölf? Das war immer das Beste.